Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute mit den 3 Sachen hier, ich hab schon eben in meinem Jabba's Verlass Video hab ich besprochen, die Hänge, äh die, was für Hängekleider, ich bin im Fortnite-Modus. Ähm, ja, diese Sanddinger von Jabba vorzustellen. Ich hab ja gesagt, dass ich die Großen hier umgebaut hab, deswegen zeig ich mal, wer sich da umgebaut hab. Ja, fang mir aber erstmal an, hier mit den Kleinen. Diese Kleinen hier mag ich vor allem. Das ist das, wo Luch hier mit der, ähm, in diesem Sprungplatte hier raus springt. Das ist der, wenn der Sprungplatte hier rausgebracht wird, ja, ich guck hier. Das ist der. Ähm, ja. Gibt eigentlich viel zu sagen, oder? Kleines, nettes Teil. Und da gibt's nicht viel zu sagen. Hier, ganz klar. Was war's da? Monster ist da ganz wichtig. Hier kann man auch den Mund öffnen. Kennt auch, glaub ich, jeder. Ja, kommen wir jetzt auch schon zum Oschen. Hä? Ich hab erstmal hier hinten, ähm, mein Stuhl ist ein bisschen, so. Hinten. Motorrad, wie ihr sehen könnt. Und, vor allem nicht, mein Schiff. Ähm, ja, hab ich mal hier hinten, könnt ihr euch mal zeigen, hab ich auch schon sehr viel verändert. Hab ich Sachen dran gebaut, die da gar nichts dran gehören. Ja. Und hier hinten, hab ich Zahnrecken gemacht. Weiß nicht, warum. Ah, hier. Ich vollständig, wie das Eckteil. Was soll ich dazu sagen? Ich hab halt damit gespielt. Und, ja, wenn ich halt irgendwas spiele, spiel ich damit. Weil, wenn man spielt, dann, gehen immerhin manche Teile kaputt. Gehen weg. Verschwinden. Ähm. Ja. Kommen wir mal zurück zu diesem Monster hier. Ganz angestaubt. Alter. Richtig angestaubt. Beim Monster hier, fehlen hier ein paar Zähne. Aber, das ist eigentlich noch alles da. Alles ein bisschen schadefühle. Und mal, was Lego ein bisschen besser machen könnte. Der Mond hier. Kann man so richtig flach ausmachen. Seht ihr das? Was im Film gar nicht geht. Man könnte den, hätten da, eine Verliebung dran machen können, damit man wirklich nur so viel aufmachen kann. Und ich. So. Dabei kann man das Ganze hier drehen. Hier. Was im Film auch nicht geht. Ja klar, das liegt daran, weil das hier mit einem Pin ist. Das ist nämlich hier mit einem Pin befestigt. Klar, kann man was da drin drehen, aber ich bin mir sicher, man hätte das anders lösen können. Bin ich mir sicher. was soll ich da noch was dazu sagen? Ein Schnicks. Ähm, ja. Hierzu. Hier fehlen auch noch diese, ja, so, diese, ich muss das erklären. hier waren noch so, so, Antennen dran. Antennen. So, jetzt hab ich das Wort. Ähm, man guckt hier, nee, die, ne, hier sind, hier, Flügelsäge, liegen es hier leider auch nicht. Ähm, komm her. Was ich, hier, bei dem Tannacool finde, man kann, das hier oben abnehmen, kann man dann von da oben reingucken. Sieht da ein bisschen, äh, leer aus, aber, ja, wenn man da von da oben spielen will. Ja. Welche nicht machen, weil, das sieht wirklich ziemlich leer aus. Achso, übrigens, ähm, ja, hier ist dieser Motor. runtergefallen, aber jetzt egal. Hab wirklich nur da hinten, jetzt haltet ihr mir alles runter. Hab wirklich hier nur, hinten dran gemacht. Mehr ist das auch nicht. Ja, also hier machen wir mal die Zahnwetter ab. Die Zahnwetter, finde ich, sehen eigentlich ganz cool aus hier hinten. Das geht. Was sieht hier, was sieht hier mein Grümpel? Das gefällt mir nicht. Hm. Oh, das war mal ein Mock. Das hat, hab sie eh schon gesehen, aber, trotzdem. Wo ist jetzt hier nicht mein Grümpel hier? Das geht. Puh. Ja. Das war's eigentlich mein Video. Find. Der da, der da, der da, und Palast. Geil. Ich find, man kann damit richtig, richtig gut spielen. Ah, ich hab gar nicht erzählt. Und zwar kann man das, kann man hier, diesen großen Segelkleider, kann man auch in den kleinen Teil vom Palast umbauen. War nämlich so eine Anleitung. Find ich auch cool. Ähm, ja. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Ciao. Vielen Dank.